Jetzt gucken wir einfach mal, was Blaube Arena für ein neues Video hat. Solltest du dich nicht in dieser Zielgruppe befinden, wäre es eventuell besser, wenn du dieses Video jetzt ausmachst und lieber zu Herrn Tutorial oder Frau Kleines Marichen gehst. Was ist denn das, hey? Ich sollte Herr Tutorial gucken? Niemals! Herr Tutorial! Hä? Herr Tutorial! Die Stimme verfolgt mich! Herr Tutorial! Ich muss hier weg! Herr Tutorial! Ich halte das nicht aus! Das muss aufhören! Die Stimme verfolgt mich! Herr Tutorial! Bitte nicht! Das bitte aufhören! Das ist ja so gemein! Oh Gott! Was? 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 Vielen Dank.